hallo mein name ist marcus rieger von der firma wood commander ich bin heute wieder im wald unterwegs zu gast ist der thomas da ist förster und revierleiter hier und ja da wird uns heute ein paar fragen rund um das thema motorsägenlehrgang und was kommt danach beantworten bei unseren motorsägenkursen gerade bei den brennholz selbstschwerberkursen modul a1 kommt nach dem kurs dann die frage mensch jetzt habe ich ja die erlaubnis mit der motorsäge mein brennholz zu sägen wie ist es denn darf ich jetzt einfach in den wald gehen und das was hier so im wald liegt kleinsägen was muss ich denn da tun um an mein brennholz zu kommen der erste schritt wäre mit dem zuständigen forstamt oder dem zuständigen förster revierleiter kontakt aufzunehmen das heißt jetzt habe ich meinen motorsägenschein darf die motorsäge im wald vornehmen was muss ich denn jetzt tun wen muss ich denn kontaktieren anrufen um an mein brennholz zu kommen wenn selbstwerber im brennholz machen wollen nehmen als erstes mit dem zuständigen forstamt oder dem zuständigen revierleiter revierförster direkt kontakt auf über die homepage ist es meist relativ schnell gemacht gibt bestimmte kontaktformulare auch und dann kriegen sie in kontakt zum örtlich zuständigen förster recht schnell hergestellt genau und der der fährt dann mit mit mir in den wald zeigt mir das die dementsprechenden holz polter und da darf ich mich dann bewegen ist das so richtig also wir verkaufen im wald eigentlich nur noch brennholz polter das gerade zu früher wie es traditionell war die reste machen diesen schlagabraum machen machen wir im wald nicht mehr weil dadurch dem wald sehr viele nährstoffe entzogen werden und die sind für das wachstum der bäume und für die für das wald ökosystem sehr wichtig deswegen gibt es das nicht mehr was du richtig gesagt hast ist dann geht es an die holz polter wie wir im hintergrund sehen genau gibt es da irgendwas was ich dann noch dringend beachten muss was willst du als revierleiter von mir sehen wenn ich als selbstwerber zu dir kommen was ist denn da wichtig wenn der selbstwerber kontakt aufnimmt ist es ganz klar meist telefonisch per mail es muss nachgewiesen sein dass der entsprechende motorsägenschein gemacht wurde dann gibt es bei uns nicht nur eine rechnung über das entsprechende brennholz sondern dass es immer verknüpft mit einem sogenannten erlaubnisschein dieser erlaubnisschein der alle vorkehrungen dem wald getroffen werden regelt der regelt welche motorsägen kraftstoff benutzt werden darf bio kettenöl selbstverständlich und ganz klar noch mal die lage des brennholz polters definiert über die polternummer rettungspunkt ist mit angegeben es ist klar mit angegeben dass nicht alleine mit der motorsäge gearbeitet werden darf es ist eine gefährliche arbeit und so sachen sind alles in diesem erlaubnisschein geregelt und der wird unterschrieben der geht zum förster zurück und damit kann man dann starten mit der brennholz aufarbeitung sehr interessant das heißt aber begrenzt du den zeitraum wo ich das holen darf oder wenn das jetzt hier mein pol da wäre dürfte ich dann quasi die nächsten zwei jahre hier mir immer ein scheibchen abschneiden wie wie ist es denn so wir begrenzen den zeitraum meistens vereinzelt ist es nötig aus naturschutz fachlichen gründen weil bestimmte bereiche eine ruhephase haben sollen einfach auch andere teile damit das holz auch aus dem wald raus kommt dass derjenige das holz auch holt und die zeit liegt bei uns immer so ich sag mal zwischen drei bei drei vier monaten wo der entsprechende kunde dann zeit hatte sein holz aus dem wald zu holen sollte das nicht klappen aus irgendwelchen gründen sucht man natürlich wieder in den direkten kontakt mit dem förster und findet dann in der regel eine lösung alles klar sehr interessant gut dann wisst ihr also jetzt bescheid wir an euer brennholz nach dem motorsägenkurs am besten natürlich bei uns dran kommt zuständiges forstamt zuständige revierleiter forster anschreiben da einfach mit dem reden sagen was man gerne hätte und in der regel bekommt man da dann wenn das geht sicherlich auch weiter geholfen ich bedanke mich für das nette gespräch und die information hier am holzpolter im wald und wenn euch das video gefallen hat wie immer ein daumen hoch ein abo schreibt uns gerne in die kommentare wie das bei euch so läuft mit der brennholz aufarbeitung im privaten bereich im wald vielen dank macht's gut euer markus abonniere wie das abonniere wie das abonniere wie das Vielen Dank.